So ihr Lieben, heute kurz und schmerzlos UBC. Das Ganze ist dir sicherlich in den letzten Wochen, eventuell auch Monaten schon um die Ohren geflogen. Auf YouTube, auf Social Media, vielleicht auch bei mir, was auch immer. Ein hammergenialer Kurs, der dir alles beibringt, wirklich alles beibringt zum Thema Social Media, gerade Instagram, TikTok, aber eben auch Branding, weil es ganz, ganz wichtig ist, dass du anfängst, dich als deine Brand zu positionieren und dadurch einfach, ja, dich selbst anfängst, ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Okay, es hilft dir super, egal ob du Affiliate-Marketing machst oder so wie ich, Network-Marketing oder ob du vielleicht im digitalen Bereich unterwegs bist. Es hilft dir massiv weiter. Der Grund für das heutige Video ist ganz einfach. 500 Euro kostet der Kurs, ist viel, viel Kohle für viele und ich habe es geschafft. Ab heute hast du die Möglichkeit, dir UBC bei mir in Raten zu kaufen. Das heißt, entweder in 6 oder 12 bequem Monatsraten, bekommst sofort aber Zugriff auf alle Kursinhalte und kannst das Ganze dank der MRR-Lizenz auch weiterverkaufen, ebenfalls sofort. Das heißt, hast du jemanden bei dir im Team, hast du jemanden bei dir im Netzwerk, hast du jemanden in deinem Umfeld, der das möchte, kannst du ihm das für 100% Gewinn weiterverkaufen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ab heute möglich, wenn du Fragen hast zu UBC, klick auf den Link unter dem Video oder schreib mir einfach persönlich. Bis dann und maximale Erfolge in deinem Social Media. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache.